Herzlich Willkommen zurück zum nächsten Part von Rebel Riders. Im letzten Part haben wir Jagd an der Küste beendet und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat er den einsamen Wolf nicht gespeichert gehabt. Deswegen konnte ich euch auch nicht am Ende des Parts zeigen, dass ich ein neues Flugzeug freigeschaltet habe und den Auftragmodus, wo wir jetzt auch theoretisch Aufträge machen könnten, aber wenn gewünscht kann ich dazu gerne nochmal ein extra LP für machen, aber ich werde den Storymodus ganz normal durchspielen und dann wird das Let's Play an sich aus beendet sein. Ansonsten, wenn von euch nochmal gewünscht wird, dann könnte ich eventuell mich nochmal dazu überringen, den Aufgabenmodus zu machen, aber so mache ich nur den Storymodus. So, das ist unser Standardjäger, den wir bis jetzt alle kennen und lieben. Und das ist unser neues Schrotgewehr als Geschütze, Superwaffe, Megabombenraketen. Tja, hört sich auch ganz gut an. Wollen wir mal ausprobieren? Oh, wieder diese Ladezeiten. Naja. Sind schon lästig die Dinger. Jetzt mach doch mal, geht doch. Die Verteidigung bei der Battle von Bounty Island hat die Morale von der Allianz-Truppen. Sie sehen die Räume zu werden, und mit dem Gefühl, dass die U.W.N. nicht ganz gut an den vollen Ständen des Situationen, die Rebels launchen mehr und stärker ordentlich ordentliche Operationen. noch mal gucken für unsere kollegen unterstützen hier Wäre nur schön, wenn ich endlich mal einen ins Visier kriege. Ach, komm her. War vielleicht nicht so die gute Idee, für diese Mission den Jäger zu wechseln. Weil wir haben keine Raketen mehr, sondern nur noch das Schrotgewehr. Es könnte noch ziemlich lästig werden. Und die müssen wir immer so extrem nah ran, um zu treffen. Aber sie sind schneller besiegt. Ist ja auch schon mal ein Vorteil. Wir brauchen weniger Munition. Ach, ey. Loll. Immer dieses Hängenbleiben statt kaputt gehen. Ach, verdammt, ey. Was kommen wir endlich her, da? Komm schon. Ach, jetzt hatte ich ihn gerade kurz. Natürlich der Scheiß Berg im Weg. So, jetzt aber. Und da kommt auch schon die Kavallerie. Schön, schön, schön. Geht das, glaube ich, hoffentlich jetzt mal ein bisschen schneller hier. Schön gerammt hier. Boah. Schön gerammt hier. Na komm, hau ab da jetzt. Geht doch. Geht doch. Erstmal auf unseren Kollegen abzuschießen. Mann, du. Ist doch wohl nie wer hier. Also vom Flugverhalten her. Mäge ich jetzt auch keinen Unterschied. Lässt sich genauso schön steuern wie der andere. Ist halt das einzigste Stadtraketen jetzt die Schrotflinte. Ein bisschen komisch ist bei einem Flieger mit einer Schrotflinte, aber. Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben, die Entwickler. Von Kando. Ja, man hat weniger Munition. Die gegnerischen Jäger sind schneller besiegt, aber man muss auch näher ran. Ja, Vor- und Nachteile haben die Waffensysteme auf jeden Fall schon mal. Oh, der Jet, finde ich, sieht ein bisschen cooler aus. Einmal noch. Das kommt. Geht doch. So, was kommt denn jetzt? Verstärkung wurde rausgeschickt. Sollte mir nicht den hintersten vorknöpfen. Am besten den vordersten. Oh, das geht wirklich schnell. Ach, ey. Bleib doch mal still hier. Ach, ey. Geht doch. Eie. Nachladen. Alter. Das ist scheiße Turbo-Laser von denen. Jetzt kommt schon. Alter. Ist doch nicht wahr hier. Ach, ey. Jetzt geht kaputt da. Immer noch nicht. Na, schön. Na, die Map haben sie auch wieder recycelt. Das ist hier aus dem, äh, Training. Ehe ein bisschen schade, die sich nicht so viel Mühe bei den Level-Designs gemacht haben. Also, die paar Levels, die sie zwar haben, die sind echt klasse gemacht, aber... Also, so großflächig haben die sich nicht so... Halt, nicht die Mühe geben, viele verschiedene zu machen, sondern ich glaube, das sind einfach nur... Ein paar kleine Level mit einem riesigen Areal. Und das ist ja dann doch ein bisschen... So, der letzte, wo ist er? Ach, das waren sie schon alle. Jetzt dürfen wir eigentlich den Großen angreifen. Das war schon mal der erste Turbo-Laser. Ja, komm. Pegaputter. Was ist denn der? Ach, da oben drauf. Jetzt dürfte wieder das eine Geschütze kommen. Jetzt sind unsere Turbo-Laser. Na, auch nicht schlecht. Komm, John, geh kaputt. Ach, der ist ja gar nicht. Wo ist denn diesmal da drin? Das war's. Komm, zeigt mir das nächste an. Mach der jetzt hier reparieren, oder was? Mein Gott. Das Ding fliegt ja langsam, äh, noch langsamer als ich. Ach, ey, musst du jetzt gerade so Kurven fliegen? Ist ja ätzend. So, reicht das jetzt langsam mal, oder? Ja. Komm. Komm. Wo werde ich denn jetzt die ganze Zeit abgeschossen? Ja, der ist abgestürzt. Ach, du heilige Bomber. Und Jäger. Ja, warum kümmern wir uns denn als erstes? Ich muss fast behaupten die Jäger. Wir durften wohl. Ein Schuss habe ich noch. Ach, da sind die Bomber. Komm schon. Doof ist, dass ich immer nur ein anvisieren kann. Ach, komm. Mach die Sache ein bisschen schwieriger, vor allem mit dem Zielen. Komm, letzter. Das werde ich definitiv rausschneiden. Ach, ey, was für ein doof Zufall, ey. Jetzt komm. Das war der letzte von der Staffel. Wollen wir uns mal um die Bomber kümmern. Komm schon her. Mach keine Faxen, lass sie abschießen. Ja, komm, öffne das Ding, dass ich da drauf spalern kann. Geht doch. Oh, ein paar Mal mit der Flinte drauf. Die nächste Staffel. Aber jetzt sind die Bomber erstmal dran. Ach, komm. Ja, komm. Ach, daneben. Oh, dankeschön. Dürfte noch. Ach. Ist ja ein ganzes Geschwader an Bombern, ey. Ich will keinen Teamkollegen verlieren wegen euch. Ich glaube, ihr seid eine Nummer schlimmer wie die gegnerischen Jäger. Ach, ey. Da ist noch einer. Ja, ist ja okay. Nervt mich nicht. Sie geben auf. Ich sehe da aber immer noch welche. Sind die beiden da sind sie hinterher und runter holen. Nur noch einer. Und das war's. Ja, das haben wir doch schön hinter uns gebracht, mal wieder. Ich muss daran denken, gleich diese scheiße Meldung rauszuschneiden. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So, kriegen wir noch was? Natürlich kriegen wir noch was. Wir müssen ja die nächste Mission freigeschaltet bekommen. Neue Aufgaben. Kapitel 2, jetzt verfügbar. Wollen wir speichern? Ja, das mache ich dann alles offscreen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage Tschau.